Durch die Umstellung auf EBM-Schweißgeräte wurde die Schweißgeschwindigkeit gesteigert und durch die Verwendung von Force-Arc auch die Spritzerbildung verringert. Dadurch wurde ein schnelleres Schweißen ermöglicht und auch umgesetzt, sodass der Anhänger schneller ausgefertigen kann. Wir hatten vorher viele Schweißgeräte von vielen Herstellern und um alles zu vereinfachen, ist man eben auf einen Hersteller gegangen. Und da wir von der Qualität überzeugt sind und gut begleitet werden, verwenden wir jetzt eigentlich EBM-Schweißgeräte. Die Wirtschaftlichkeit besteht ja nicht nur, weniger Zeit zu haben, sondern auch weniger zu verbrauchen. In der Hinsicht zum Beispiel mit dem Gas, wo wir ein Drittel eingesparten konnten. Und natürlich auch den Zusatzwerkstoff an sich, wo wir umgestellt haben, mehr auf Fas-Einbindung, um da einfach auch mit höheren Querschnitten einen stabileren Drahtverschub zu haben und natürlich eine bessere Nahtkontrolle. Uns ist natürlich sehr wichtig, dass wir den Kunden so ein Gesamtpaket anbieten, weil mit dieser Vorgehensweise haben wir doch festgestellt, dass wir damit ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wir werden nicht nur als Lieferant wahrgenommen, sondern wir sind ein Partner, der weiterhilft, ein Partner, mit dem man gerne neue Projekte in Angriff nimmt und erfolgreich bestreitet. Und die Zusammenarbeit ist selbstverständlich langfristig. Bis zum nächsten Mal.